Komm, komm, über die Wand, über die Wand und dann sterben. Nee, ich bin auf dem Gnaden los! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav Bedeff und das ist eine neue Folge mit einer absolut broken komischen Waffe. Wir spielen die D13 Sektor, eine der komischsten Waffen, die ich je gesehen habe. Ich habe sie fast auf Dark Matter und wir werden morgen im Stream, werden wir sie auf Dark Matter spielen. Ja, das wird richtig geil, aber ich wollte auf jeden Fall vorher noch eine Folge machen, mit geilen Effekten, wo wir die coolen Schüsse verfolgen und so. Jawohl, guck, da haben wir den ersten, jawohl. Das wird so viel Munitionsgesammel sein, aber hier auf Hunted in dem Haus hier. Oh nein! Aber ich weiß jetzt schon, dass die Folge einfach nur lustig sein wird, wegen diesen einfach nur lustigen Diss. Oh mein Gott, das ist einfach immer One-Shot, selbst in den kleinen C. Der kleine C. LOL! Da steht er da rum. Da steht er! Da ist er! Guck dir das mal an. Was? Kriegen sie da beide noch einen drüber? Jawohl. Damit Colettes zu machen ist absolut geil, macht richtig Spaß. Ist aber auch gar nicht so schwer, muss man zugeben. Warte, warte. Zack! Man muss immer darauf achten, wenn die springen oder so, wohin die gerade landen. Also das ist das Schwerste von allen, wenn die rumspringen, ist es wirklich schwer teilweise, wenn die gut sind, im Ausweichen. Aber, wenn sie nicht so gut sind im Ausweichen, bekomme der. Ha ha ha! Ha ha! Ha 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 ha! Oh mein Gott, da kriegst du auch eine drüber. Was hältst du davon, Junge? Oh nein, das ist eine Granate! Oh ho 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 ho! Die Granate war ja wohl mega gesetzt. Selten so viel Spaß an der Waffe. Bei der Banshee letztes Mal, habe ich ja schon gesagt, ist eine der besten Skill-Waffen, oder die beste Skill-Waffe. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht noch geiler ist. Die ist, das ist einfach nur lustig. Ha ha ha! Dieser Typ! Dieser Ingo! Ingo, was ist los mit dir? Ingo! Ingo! Was kannst du doch nicht machen? Du kannst doch nicht nur da in den Ecken hängen. Ingo! Komm schon, Junge! Da ist er wieder. Ah, Ingo, der ist so einfaches Futter, ne? Ich feiere Ingo grad total. Oh Mann. Was? Niemand getroffen? Oh! Irgendwo, irgendwann jemand getroffen. Ja, ey. Komm. Treff ihn. Ha 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 ha! Der ist noch einiger Typ! Ha 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 ha! Oh, komm schon! Komm schon! What? Was? Ne! Das war die beste Szene, die... Das Video kann nicht mehr besser werden. Die habe ich einfach nicht rausbekommen. Und ich war immer nur so... Pfui, pfui, alle... Oh, ich bin so gehypt. Wir haben hier erstmal Spaß, Junge. Jawohl! Wie das hier abgeht. Jetzt noch einer? Ja. Oh! Der kommt hier rum her. Kommt her. Oh nein! Oh nein! Das sind einfach alle! Ja, da bringt mir auch meine Weste nichts, wenn alle da sind. Uh! Ich stehe 19,7. Hm, 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 hm. Ne, 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 ne. Aber er ist noch drüben, Skiller. Was ist denn... Weißt du, Ingo und Skiller sind einfach... Was zum Fick machen die denn? Ist Ingo noch da überhaupt? Ingo ist noch da. Er steht 3,14. Ich fühle mich ja schon verarscht von mir selber. Uh! Ingo! Get fucking wrecked! He, 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 oh, Baby! Mm! Oh, Patsu, Baby! Mm! He, 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 26,14. Wow! Was für eine geile Runde. Die zweite Runde wird sicherlich noch besser. Ich freue mich richtig, morgen in dem Stream das Ding auf Dark Matter zu spielen. Ist wirklich schwer. Es sind wirklich harte oder langwierige Aufgaben, die mal... Uh! Ich bin einfach Erster geworden. Komm. Ja! Da ist der geile Schuss. Ich... Komm. Ja! Wie habe ich Patsu noch bekommen? Guck dir das mal an. Patsu springt weg und ist so Pats tot. Ah, ah, ah. Oh! Get wrecked! Na, das war das einzig Interessante in dem Spiel gerade. Ja. Machen wir noch eine. Komm jetzt. Skill! Oh, die Disc pflückt! Einfach noch ein paar richtig geile Schüsse zu landen. Da, so zum Beispiel. Wie bei Easy Apfelkuchen. Äh, ja. Gibt es hier auch Gegners? Ah, super. Ich hab... Ich weiß nicht. Wen hab ich getötet? Wenn ich fragen darf. Ah, ah, ah. Wer hab ich denn bei Kaumann? Ich will auf jeden Fall die Wiederholung von dem Spiel sehen, weil ich wissen will, wen ich da bitte gerade getötet hab. Mit der Waffe zielen hat übrigens quasi keinen Vorteil, weil die schießt genauso genau aus Nicht-Zielen. Deswegen, ja. Jawohl! Das Besten natürlich sind solche Durchgänge hier, wo... Ich hab leider nur eins Munition. Ich brauch mehr als eins Munition. Jetzt hab ich zwei Munition. Oh! Wie hab ich den noch bekommen? God! Get fucking ready! Oh! Er gibt mir einen Kopfschuss, ne? Ja, ich setz mein Ding ein und... Er gibt mir einfach so einen Kopfschuss. Maa... Da, da hast du den... Rache! Rache! Oh, lecker Schmecker-Kids! Oh, ja! Ich war einfach nur so richtig totenstill, weil ich... Nein! Ich hätte ihn da haben können. Das ging mir jetzt zu schnell. Dann machen wir noch eine Runde. Die ist auf jeden Fall noch wesentlich schwerer zu spielen als die Banshee. Allein schon einfach nur, weil die Banshee viel schneller schießen kann. Komm! Komm! Über die Wand! Über die Wand! Und, äh... Dann sterben! Ja! Jawohl! Hab ich den geholt? Ich hab dich gerettet, Junge! 100 Pro! Wird der mich nicht einen Hitmarker gegeben? Was ist da los? Wie so ein Polizeisniper. Oh, Baby! Oh nein! Ich bin tot! Boah! Ich hab schnell noch meine Rüstung angezogen. Hab deswegen tatsächlich überlebt. Also, Respekt an mich! Oh, danke. Für die Munition! Nein! Okay. Den, äh... Ne, warte. Oh, Baby! Hm! Das gefällt mir. Ich will eigentlich nur meine Streaks mal erreichen. Ich bin eigentlich ganz gut davor. Okay, komm. Wie immer. Ja, Baby! Ist der gestorben jetzt oder nicht? Wo ist der denn? Ich will den jetzt haben. So, komm. Sorry, aber ich brauche jetzt auch einfach mal Munition, ey. Ich find hier einfach nix. Ah! Ja, wie wäre die Streaks so? Mann! Aber ich hab halt nie Munition für das Ding. Allerhofft es mir doch. Bitte! Ne! Ich bin auf dem Gnadenlos! Nice! Wow! Hab ich nicht mit gerechnet, dass ich sowas schaffen kann. Oh! Gut ist es dann! Er beendet meine unfassbare Gnadenlos-Streak mit nem fucking Raketenwerfer. Belastend sei ich dir. Ah, der ist tot. Ich hab die Leiche angeschossen und die trotzdem getötet. Boah, wenn das der letzte Schuss gewesen wäre, ne? Oh, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, wir sehen uns morgen bei dem Stream. Wie gesagt, Samstag, 19 Uhr hier auf YouTube. Wir werden die D13 Sektor auf Dark Matter spielen. Da bin ich aber auch sicher, dass wir das schaffen. Es kann aber dauern. Je nachdem. Ich hab schon längst natürlich die 200 Kills geschafft und so. Hab auch die 5 Blutrünstig. Das ist alles nicht so schwer. Aber da gibt ein paar andere Sachen, die ziemlich schwer sind. Mal sehen, ob wir das schaffen. Auf Wiedersehen!